Bericht des Captains, 4. Februar 2531. Fünf Jahre. Fünf lange Jahre. So lange hat es gedauert, Harvest zurückzuerobern. Zuerst lief alles nach Plan, aber dann folgte Rückschlag auf Rückschlag. Verlust auf Verlust. Was nach einem schnellen und entscheidenden Sieg aussah. Stellte sich als fünf Jahre in der Hölle heraus. Und genau das ist Harvest heute. Die reinste Hölle. Aber jetzt gehört es wieder uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Serena, Status. Standard-Orbit erreicht. Alle Systeme normal. Podstarts vorbereiten. Waffensysteme online. Erwarten Sie Ärger, Captain? Harvest gehört wieder uns, aber ich denke nicht, dass die Allianz das auch so sieht. Sergeant Forge, ich höre. Ziemlich viele böse Typen hier, Captain. Und Sie haben etwas im Eis entdeckt. Verdammt. Was erschwert die Mission. Anders, was haben Sie? Captain, Scans der nördlichen Polarregion zeigen Allianzaktivitäten an der Oberfläche. Da unten ist eine Art Bauwerk. Was glauben Sie, wonach Sie suchen? Das werden wir bald herausfinden. Wir machen die Alpha-Basis wieder flott und übernehmen die Kontrolle über diese Stelle. Ich mache mich bereit, Captain. Sie werden auf keinen Fall mit dem ersten Schiff runterkommen, Lady. Sergeant Forge, Rückzug zur Alpha-Basis. Ich schicke Ihnen Verstärkung. Verstanden. Forge Ende. Also, nichts allzu schwieriges? Das könnte der Schlüssel zu unserem Sieg sein, Serena. Es ist das Risiko wert. Captain, Alpha ist hinüber. Kann mich nirgendwo hin zurückziehen. Schlage vor, Sie warten mit der Verstärkung. Das lassen wir uns nicht gefallen, Sergeant. Serena, Statusbericht. Sir, viele Truppen ziehen sich von der Alpha-Basis zurück. Wenn Sergeant Forge sie neu organisiert, können wir die Basis vielleicht zurückerobern. Verstanden. Wir sammeln alle Überlebenden und holen uns Alpha zurück. Das kann losgehen. Zieh los. Verbündete vor Ort. Wir kommen hier nicht weg. Alle einreiten. Los, Barm! Mach sie fertig! Kein Problem. Kein Problem. Sind Sie von Alpha? Wir waren die ersten, Sir. Folgt mir alle! Wir holen uns jetzt Alpha zurück. Unser Weg! Los geht's! Auf dem Weg! Zieh los! Schon da! Los geht's! Feuer! Puste sie um! Schon da! Auf dem Weg! Rücker aus! Verstanden! Schnell, Feuer! Feuer! Auf dem Weg! Unterwegs! Schon da! Los geht's! Tango, 1-4! Sie müssen uns hier raus holen! Macht sie fertig! Ich bin dran! Kann das Ziel sehen! Formieren und mir nach! Alle Einheiten. Alle Einheiten. Zieh los! Bin unterwegs! Feuer! 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 Geh los! Puste sie um! Macht sie alles! Der Grill ist voller Grunts, hässzen! Ich bin dran! Rücke aus! Zieh los! Gehe los! Bin unterwegs! Los geht's! Gehe los! Schon da! Hier, Tango 3-3! Stehen unter schwerem Beschuss! Das Geschütz macht uns fertig! Keine Angst! Die Kavallerie ist hier! Von Snackmarines! Wir bringen sie da durch! Alle Einheiten! Rücke aus! Bin unterwegs! Überlass das mir! Sieh an! Sie wollen uns nicht in unsere eigene Basis lassen! Kann das Ziel sehen! Warthogs kommen nicht durch! Dafür aber Fußsoldaten! Schalten Sie das Ding aus, dann kommen wir! Los auf Energiequelle zielen! Ziele im Visier! Die holen uns! Pustet sie um! Restblech! Das Ding ist zu stark! Benutzt Granaten! Seite! Barriere deaktiviert! Los geht's, Gentleman! Feuer eröffnen! Bin dran! Macht sie fertig! Die Luftunterstützung wird sich um die getranzerten Einheiten kümmern! Der Rest wird Ihnen zuschauen! Feuer! Bomben weg! Die Luftunterstützung wird sich um die Aktion! Den Schotsort unterwegs! Okay! Was ist denn aus! Ich war kein Dich! Ich war kein Dich! Ich war ein Dich! Ich war kein Dich! Ich war kein Dich! Die Luftunterstützung wird sich um die Dich! Ich war kein Dich! Ziele im Visier! Ich bin dran! Mach sie kalt! Kein Problem! Überlass das mir! So viel Spaß hatten wir die ganze Woche nicht! Spirit of Fire! Forge hier! Gebiet gesichert! Situation normal! Befehle? Die andere Basis gehört wieder uns! Sergeant Forge! Vielleicht sollten Sie sich hier umsehen!